Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles. Im letzten Part gab es in der Verhandlung eine kurze Pause, um Eggert Benedikt aufzutreiben, damit er als Zeuge aussagen kann. So kurz ist die Pause, auch gar nicht mal eine Stunde lang. Währenddessen hat Gina uns all das erzählt, was sie so während der Tat mitbekommen hat, kurz bevor sie dann ohnmächtig wurde. Und da haben wir auch ein bisschen was Interessantes noch gelernt von ihr. That must be when you passed out, Gina. Genau. Irgendwie wurde sie ohnmächtig. Das wissen wir auch noch nicht genau warum. Weil ich glaube nicht, dass es einfach so zufällig passiert ist. Ich glaube irgendetwas anderes oder jemand anderes steckt da dahinter. If I hadn't done what I'd done, your old cove might still be alive. Did you tell the police everything you just told us? Cause I did, but they didn't believe a word of it, did they? All they said was, if I kept telling lies, it'd make things even worse for me. It'll be alright, Ginny. Don't worry. Just stay strong a little longer. Runa's about to put the real Kuypris through the mill. That cove that was there in the afternoon. That Eggert Benedict. Genau da. I still remember how he looked at me. Like I was nothing. He, he was there that night. Mhm. Das hätt's ja auch mal auch schon mal früher sagen können. We don't know his real name yet. But I'm convinced that he's involved somehow. Anyway, thank you for telling us what happened, Gina. I appreciate your honesty. You what? You can leave it all in Runa's capable hands now, Ginny. Mr. Nara-Odo. Yes. How come you trust me? I don't get it. I mean, have you forgotten what happened here before? Come on, it was only two months ago. Me and McGilded, we told you a whole pack of lies. And you got the Bogtrotter off with him, even though he was a killer. No, I could never forget that. Oh. I did what I thought was best at the time. But the pain of that error of judgement doesn't get any easier to bear. Still, don't forget that I also made you a promise. I told you that I'd be on your side to the bitter end, no matter what. But what if I'm lying? You could be working to get another killer off the Ugg for all you know. I was once in your position, Gina. I was the accused in a trial. You were? Before I left Japan, I was accused of murder. And strange as it might sound, the circumstances of the crime were pretty damning. I was sure that no one would believe it wasn't me who'd done it. Oh, who knows? But there was one person who stood up for me, who believed in me and was prepared to defend me. My best friend. What? No one believes in you more than I do. Leave this to me. All you need to do is put your faith in me and I'll do the rest. I was so happy, I cried. But even then, somewhere inside me, I couldn't help thinking. Surely he doesn't really believe in me. Not completely. But I was wrong. As soon as my trial began, it was obvious. That he had an absolute, unwavering belief in me. That's really cool, the camera zoom here. And in turn, I developed an absolute, unwavering belief in him. Since then, I came to realize. If you want someone to believe in you, you have to believe in the other person first. What are you saying? I promise you, Gina, that no matter what happens, I'll keep believing in you. So you don't need to worry. I won't let you down. Even though I'm a diver and a no-good liar. You're not like my guilders. I know that. Eh? That's right, you're our friend, Ginny! Iris, we know you better than you think. And we've come to the conclusion that you're someone we can trust. Yes! That's really all we need to know. Exactly! Um, Mr. Naga Odo, I, um, I... I don't mean... Defendant Gina Lestrade and her legal representative. Court proceedings are about to resume. Please head into the courtroom immediately. I've been both a defendant and a defending lawyer in my time. So I knew only too well, just how hard it was to put all your faith in another. And I also knew... Just how hard it was to bear the burden of another, putting all their faith in you. This is it at last. The final chapter. The final battle. Wish me luck, Susato-san. And I hope you're watching over me too, partner. Okay. Is this wirklich jetzt? Pfft, der letzte Abschnitt, oder wie? Ich meine, ich bin halt... Ich bin davon ausgegangen, dass es noch einen zweiten Ermittlungstag geben müsste. Und das bisher immer so war in Ace Attorney. Also, ich glaube, wirklich ausnahmslos, beim letzten Fall eines jeden Ace Attorney Spiels, gab es mindestens zwei Tage. Drei sogar auch. Äh, aber mindestens zwei. Vielleicht ist es doch hier wirklich schon das große Finale. Es gibt keine weitere Ermittlung mehr. Ich meine, wir haben eh schon sehr viele Beweise und so. Und wenn Benedikt der Täter ist, und wir haben ihn jetzt schon, vielleicht ja doch. Ich meine, der Pfad ist eh schon sehr, sehr lang, weil das Ermitteln halt auch sehr, 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 sehr lang war. Und die Verhandlung hier an sich ja auch. Deswegen, äh, von der Länge her wird es schon passen. Aber es ist halt trotzdem ungewöhnlich einfach. Aber warum nicht? Genau, und das, äh, 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 das wollte ich gerade auch noch erwähnen. Das ist immer ein bisschen schade, äh, das gibt es ja in vielen Ace Attorney Spielen, äh, dass halt die Aussage vom Angeklagten oder von der Angeklagten, ähm, 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 halt schon etwas früher hätte kommen können und dass das dann viel aufgeklärt hätte. Weil wenn China uns einfach gesagt hätte, dass sie Benedikt da gesehen hat, schon früher, dann wäre halt schon alles viel, viel klarer gewesen. Also, wäre auch verwirrend gewesen von Anfang an vielleicht, aber dann hätten wir trotzdem da schon deutlich mehr daraus schließen können, äh, und hätten das schon viel früher beweisen können, dass er am Tatort war. Aber sie hat uns halt nichts gesagt, das ist immer so ein bisschen doof. Weil damit, aber ich meine, damit hätten wir uns halt die erste Hälfte quasi sparen können von der Verhandlung. Deswegen ist schon okay, das machen viele Ace Attorney Spiele so, dass der Angeklagte da nicht ganz von Anfang an gleich alles sagt oder so, um es halt spannend zu machen. Äh, aber ja, gut. Jetzt auf jeden Fall dann letztes Kapitel anscheinend, wie Rionoski gesagt hat. Ich bin gespannt. Ah, hierbei call this court to order as we resume the trial of Ms. Gina the Straits. Lord Fanzix, have you successfully subpo-po-enate? Was is that for a word, eigentlich? Ihn halt hergebracht oder so. The subpo-enor was delivered to the communication station, where the man works immediately, my lord. However, the heavy rain has delayed the arrival of his carriage at this scene. Hmm, I see. Then let us turn our attention to Inspector Gregson's presses of the case heard by the court this morning. The glaring omission of the third bullet in the report is a serious blunder, Inspector. Yes, um, I can only apologize, my lord. And although the defense is chemically analyzes of the blood at the scene makes for a compelling argument. I cannot permit such untried methods to be used as evidence in my courtroom. Hmph, it's a big mistake to cross Hurley and me. A very big mistake. My lord. The subpo-enor witness has just arrived in the building. Thank you, officer. Show him to the stand without delay. Mr. Eggert-Benedict. I didn't expect to be crossing paths with him again so soon. And certainly not like this. Thank you for complying with the court subpoena at such short notice, sir. But of course, my lord. As an upstanding member of London society, it is my pleasure to oblige. Okay, I can't say you name it occupation for the records. Ashley Graydon. Communication, communications officer. Mr. Graydon and I both work at London Central Communication Station. Now perhaps somebody would kindly explain what all this is about. Erstmal, äh, Wortwürz? Erstmal, Ashley. Ashley ist doch ein weiblicher Name eigentlich. Also, ich habe noch nie jemanden, eine männliche Person gehört mit dem Namen Ashley. Aber nur gut. Ähm, vielleicht ist das sogar auch Teil des Wortwürz. Vielleicht ist er in Wahrheit eine Frau. Weiß ich nicht. In Ace Attorney wäre das nicht das erste Mal, dass das Geschlecht sich wandelt oder so. Ähm, und Graydon. Gray, grau. Dann Graydon. 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 Ashley Graydon. Ash. Ashley Graydon. Keine Ahnung. Vielleicht ist er ja auch wieder eine Person aus einer Holmes-Geschichte. Äh, vielleicht aus House of the Baskervilles oder so. Könnte sein. Keine Ahnung. Du warst von dieser Situation von einem Kultofficer auf deinem Weg hier, ich glaube. Ja, ich war. Was zu tun mit einem Mörder, der auf den Pomp-Drucker auf der Baker-Street fiel. Und zum Nonsensen über mich, dass ich da auf der Nacht in question gewesen bin. Das ist die Accusation, in der Falle. Das ist wirklich beyond a joke, you know. Sehr gut. Without further delay, die Court will hear your testimony now, Mr. Graydon. You will respond to the Accusation made against you on the earth? Gladly, my lord. Gladly. Aber die Dance-Moves sind sick von ihm. Das muss man sagen. So, Aussage. Ich muss jetzt erst an seinen neuen Namen gewöhnen, weil ich fand seine alten so schön. Aber er gibt auf jeden Fall Sinn, dass er sich so einen wunderschönen Namen als Fake-Name aussuchen würde. So, die Accusation, die Beschuldigung. Naturally, I have occasion to make... Man, occasion to make use of palm-broking services from time to time. Okay. Ähm. Ähm. I have occasion to... Okay, er drückt es ein bisschen komisch aus, aber er sagt, dass er natürlich häufiger mal bei der Pfandleihe vorbeischaut. Ähm. Und er halt dann da von den Services, äh, von den Dienstleistungen auch Gebrauch macht. Und dass er da häufiger Gelegenheit dazu... Nicht Gelegenheit, aber dass er halt häufiger das in Anspruch nimmt. Ja. Er schaut da halt häufiger vorbei. So. But are you seriously suggesting I colluded with these fucks to break into the place on the night of the murder? Aber wollen wir ihn wirklich, ähm, dahingehend beschuldigen, dass er mit den beiden zusammengearbeitet hat, um da in der Nacht des Mordes einzubrechen? Fragezeichen. Ich habe auf jeden Fall nicht vor, zu so einer absolut wahnsinnigen Beschuldigung der zuzustimmen. Er streitet es ab. Also er spricht zwar normal, er lässt keine Buchstaben weg, aber, äh, spricht auch etwas komisch, könnte er es auch klarer sagen. Aber ja. Even if certain parties here present claim that my blood was found on, found at the scene. Auch wenn, äh, gewisse Leute hier, ähm, behaupten, ähm, warte mal kurz, parties here present claim, äh, that my, genau, halt, äh, im Prinzip behaupten, Behauptungen herzeigen, dass mein Blut am Tatort gefunden wurde. Ja, was sagst du da dagegen? Some Scaramouch Detectives Homeroot Tincture. Alter, nimm doch, ich habe mich beschwert, dass die, der redet ja fast noch schlimmer. Can hardly be taken as serious evidence. Ähm, ja, ich muss, ich verstehe, was er sagt, ich kenne nur die einzelnen Wörter nicht. Er sagt halt im Prinzip, dass eine Erfindung, ähm, also eine, eine selbst hergestellte Erfindung von so einem komischen Detektiv, äh, dass das halt nicht als Beweis, ähm, gezählt werden kann hier vor Gericht. Das sagt er, ja. Auch wenn ich, äh, Scaramouch kenne ich zum Beispiel nicht, äh, aber ja. Er redet halt negativ über, äh, Sholmes und seine Erfindung und dass sie nicht vor Gericht als richtigen Beweis, als richtiger Beweis durchgeht. So, ihr denneid die Akkusation komplett, do you? I must say, I am dismayed, for the highest court on the land to be swayed by the self-professed Detektives toy. It was the will of the jury, and our great british justice justice system demands that the jury's will is upheld. Then it would seem, we have the misfortune of a most inept assembly of jurors today. Ja, by golly, das ist keine so schlaue Idee, die Geschworenen, äh, aufzuregen. How long am I expected to be detained here? If, following the Defensers Cross-Examination, your involvement in this matter has not been established, you will be free to leave immediately. Gut, then I shall be away in time for afternoon tea. Some small consolation, at least. Let us not hold up, Mr. Graydon, any longer than necessary, counsel. Proceed with the cross-examination. So, we meet again, Mr. Eggert-Benedict. Or is it Mr. Graydon? My apologies, you are... Rionosuke Naro-Hudor, Defense Lawyer. We have met. If you say so, Ashley Graydon, enchanté. So. I trust we can conclude this quickly. But I'm not holding your flashy head, Walvidu. Hä, jetzt hat er echt keinen Hut mehr auf. Hä, was ist das denn jetzt? Okay, das ist seltsam. Aber nur gut. Dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der Aussage von Eggert-Benedict oder auch Ashley Graydon. Vielleicht ist das ja auch nur ein Fake-Name. In Wahrheit heißt er nochmal anders. Keine Ahnung. Ist lustig, wie der eine auf ihn guckt. Ich bin mir sicher, dass die anderen auch noch irgendwas dazu zu sagen haben. Weil vor allem bei der vierten Aussage, glaube ich, hat er ja... Ne, nicht bei der vierten, bei einer früheren... Egal. Wer war das? Hat er ja negativ über die beiden geredet. Hier, die zweite war es direkt. Genau. Vielleicht haben sie da irgendwas dazu zu sagen oder so. Und ansonsten müssen wir halt gucken, was wir hier so zeigen können. Weil, ja, da stimme ich schon ein bisschen zu. Ähm, der Apparat von Chomes, das ist ja wirklich nicht so eindeutig. Weil es kann ja nicht sein, dass jede Person auf der Welt eine andere Farbe hat. Also es wird mehrere Personen geben, die diese grüne Farbe abgeben. Deswegen muss nicht unbedingt er gewesen sein. Das ist schon alles richtig. Deswegen, eindeutig ist es nicht. Aber es stimmt trotzdem. Weil China hat es ja auch gesehen, dass er da ist und so. Also es stimmt, wir müssen es halt nur irgendwie beweisen. Und wie wir es beweisen können, das müssen wir halt noch herausfinden. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.